Kann eine Munddusche eigentlich Interdentalbürsten und Zahnseide ersetzen? Nein, kann sie definitiv nicht. Mit einer Munddusche kann man zwar grobe Speisereste entfernen, aber man kann keine Plagg entfernen. Plagg entfernt man nur mit Interdentalbürste oder Zahnseide. Eine Munddusche ist vielleicht besser, als wenn man gar nichts verwendet. Also wenn man hiermit wirklich nichts zurechtkommt, dann kann man eine Munddusche verwenden. Und man kann natürlich auch eine Mundspülung in die Munddusche reintun, anstatt Wasser und damit gezielter arbeiten. Aber theoretisch kann man die Mundspülung auch so benutzen. Das heißt, man braucht die Munddusche nicht unbedingt. Ich kann euch nur dringend ans Herz legen. Lernt hiermit richtig umzugehen und dann braucht ihr keine Munddusche mehr. Ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und für mehr Zahnpflegetipps macht das Plus weg.